UNTERTITELUNG Es ist eine Kombination aus Tetra, Griechisch für vier, und Tennis. Tennis? Der russische Entwickler liebt Tennis. Nee, so wie er. Tetras macht nicht nur abhängig, es brennt sich bei dir ein. Dieses Geschäft ist eine einmalige Gelegenheit. Hank, nur zehn andere Menschen auf der Welt haben gesehen, was Sie gleich sehen werden. Wir nennen es Game Boy. Macht man es mit Tetras, können Sie die Rechte einholen. Die Sowjetunion besitzt die weltweiten Rechte. Nichts geht einfach raus. Ich fliege nach Moskau. Sollten Sie nicht zuerst mit Ihrer Frau darüber sprechen. Pioniere setzen Ihr Haus, um zu gewinnen. Aber nicht in der Realität. Hörst du, hast du jemals unser Apartment so still vorgefunden? Das ist der Erfinder von Tetris. Ihr Spiel ist brillant. Ich mache Sie zum Millionär. Mr. Rogers, waren Sie jemals in einer Verhandlung mit den Sowjets? Wir sind wegen Tetris hier. Wir sind wegen Tetris hier. Was sagt er? Ich spreche keinen russischen. Der mächtigste Mann der kommunistischen Partei wirft ein Auge auf Sie und Ihre Familie. Wissen Sie, wo Ihr Ehemann ist? Was zum Teufel ist hier los? Die Welt verändert sich und die Sowjetunion wird dabei nicht zurückbleiben. Du willst mit den großen Jungs spielen? Genau so funktioniert die Welt. Wir können Sie nicht beschützen. Manchmal muss man die Regeln brechen. Los, 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 los! Das ist kriminell. Die Sowjetunion ist dabei zu implodieren. Sie leben. Hauen Sie ab! Die Pervalerie ist auf dem Weg. Dafür ist keine Zeit. Ich habe einen Plan. Oh, Alexei, Alexei! Ach, kommen Sie. Sie sind echt die Könige der Cliffhanger. Das ist die Könige der Cliffhanger. Das ist die Könige der Cliffhanger. Das ist die Könige der Cliffhanger.